Herzlich Willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal hier auf EGLE EYES. Ja, die Dinge haben sich ein wenig geändert. In letzter Zeit kommen weniger Videos. Der Grund dafür ist, dass ich gerade bei meiner Ausbildung in den letzten Sequenzen bin, vor meiner praktischen Gesellenprüfung. Das heißt in nächster Zeit kommen etwas seltenere Videos. Und zwar ein paar Fakten habe ich auch noch parat. Und zwar am 21.10. Battlefield 1 und am 29. September natürlich FIFA 17. Das sind so die groben Aspekte, die auf meinem Kanal erscheinen werden. Vielleicht auch in Kooperation mit den Schneewölfen, die auch einen sehr guten Start hingelegt haben. Aber legen wir erst mit dem Hauptvermarkt auf meinem Kanal. Battlefield und FIFA 17 werden sich tagtäglich abwechseln, sobald es möglich ist etwas aufzunehmen. Aktuell könnte ich euch dienen mit The Vision und ein paar anderen Spielen. Da muss ich mich aber leider direkt entschuldigen für die Aufnahmequalität. Da ich keine andere Möglichkeit habe zur Zeit als die aufzunehmen mit Twitch und das dann rüber zu kopieren von Twitch auf YouTube. Und da verliert leider die Qualität des Videos seine Qualität. Weil ich halt aktuell nicht so finanzielle Mittel habe für eine Elgato. Damit es auch nicht gerade so sinnvoll erscheint, da ich das mit den Videos machen und zumal mache. Und das ist auch ein weiterer Grund und Aspekt bzw. Fakt, warum ich mit YouTube angefangen habe. Um Spaß, also einfach mal was Neues zu erleben. Nicht wegen der Geldsache, sondern einfach mal was Neues entdecken, wo man sich vorausgaben kann. Ein neues Hobby, denn ja, Hobbys braucht man im Leben. Also und das war's in diesem Video. Ich hoffe euch das hat euch das Gameplay gefallen. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video. Ciao!